Kannst du noch was nehmen, Markus? Ja, ich hab jetzt hier, ich hab hier noch, ähm, wie gesagt, sechs, sechs Ballagen hab ich jetzt dabei. Also ich könnte... Ja, dann kannst du mir auch noch eine nehmen. Gib mir noch eine her, da hast du auch nur fünf. Weil da hab ich auch voll da bei mir. Da hast du fünf zum Ballagen. Ja, aber ist ja egal, aber es geht doch um nichts los. Okay, ist draußen. Okay, jetzt hab ich fünf, fünf, fünf. Ich hab drei mal fünf, also 15 jetzt. Okay, ich habe noch die ganzen normalen Racks, hab ich noch dabei, die Lacken. Ja, die kannst du ja auch nehmen für Dings. Okay. Ich hab vier Stück noch dabei. Vier. Okay, komm mit. Nicht schon wieder so machen. Komm, wir müssen nach Essen suchen wieder. Kann man aber noch bauen. Okay. Ja. Wer traut sich davor? Ich eigentlich nicht. Also wenn, dann sollten wir rechts rüber gehen, Walter, ne? Also raus aus dem Ort. Ja, so rechts ran. Ran an die Häuser. Ich bin rechts. Ja, ja. Ja, scheiß auf Zombies. Ja, da sind wir noch gesteckt. Die Zombies sind gerade das kleinste Problem. Ich gehe rechts hier rüber. Ja, da bin ich an der Wand. Tanja, auch mit? Ja. Ah, scheiß Fliegen. Aber schieß nicht, glaube ich, die Blöden. Da, hier, wie kein Apex zusammen spielen, ey. Voll geil, Alter. Da geht's ab, ey. Ich gehe rein, Tanja, Noten. Tanja, was Noten? Wir stehen uns ein bisschen parat. Sammy, Sammy? Ja, ich bin hier drüben. Ja. Du bist da drüben? Okay, bleib da. Okay, du bist da. Ja, ich will die Straße einsehen, ja. Ach so, okay, und ich kluck hier rein, ja. Okay. Schuss hast du genug, oder? Ich? Nee, Tanja. Äh, ach, schulde mal. Den Tag schulde der gleiche. Also, wie meinst du denn jetzt? Ja. Oh, suchst du aus. Äh, äh. Also, 63 Schuss habe ich jetzt da von 9 Millimeter. Wird immer reichen. Da ist der Monotov-Cocktail. Ist immer weg, immer da. Ah, jetzt habe ich ihn wieder. Okay. Kannst du ja auch nicht trinken. Und ich habe Handschellen mit Schlüssel, Alter. Handschellen mit Schlüssel. Oh, leuchte mich doch an. Fertig, oder? Oh je. Kann aber auch gutes Zeichen sein, dass sie schon weitergezogen sind. Ja, das ist eine Frage, alles. Ich glaube, hier ist die Anspannung gut, aber du musst doch wirklich Escape spielen, ey. Das ist, also, die Anspannung hält sich lange durch. Haben wir ja, haben wir ja nicht. Da spiele ich lieber, da spiele ich lieber Outlast. Oder Starbauer. Oder Starbauer. Na, nee, das ist mir noch ein Tick zu schlimm. Nee, das kann ich nicht spielen. Äh, zu gruselig für dich, ne? Ja, ja, da geht das Herz stehen. Weil so viel Grafik brachte, ertrage ich nicht. Ach, scheiße. Ich sehe gar nichts, ich sehe nichts mehr, oh, seit ihr. Am Zaun, da ist ein Zaun. Seitdem im Zaun? Nee, wir sind hier hinter dir. Was, hinter dir? Also, strahlen lang, oder? Ach, ja, strahlen lang, hier. Ah, okay. Also, doch so auffällig, wie es geht. Das ist, wir sehen halt hier nichts von den Häusern, ne? Wir kommen in den Häusern nicht rein, hier. Och, das wäre ein schönes Haus. Och, das wäre auch ein schönes. Ich meine, er hat aber Ungarn, hat ja einen Darm, im Infekt, oder so. So, jetzt ist es aber gut. Eine Dose hätte ich noch, eine habe ich jetzt selber genommen. Tanja, wie sieht es aus, dosenmäßig? 70 geht noch, okay. Markus? Ja, ich habe noch, erst mal alles voll. Okay. Da kann jetzt jemand genauso sitzen, wie wir hier, ne? Ja. Das ist so ein kotzendes Spiel, ich hasse es. Keine Röntgen? Oh, Markus, wir können ja über das nächste Problem reden, was wir noch einfügen könnten. Ja. Griechen. Und Nachtsichtgeräte. Ja, noch eben Nachtsichtgeräte. Bei Apex ist das geil, Markus. Bei Arma. Da hast du zwei verschiedene Nachtsichtgeräte. Einmal grün, ne? Und einmal schwarz-weiß, also nur grau. Ja? Und weiße Punkte, lebendige Punkte. Das ist geil, Alter. Ja, dann... Wir spielen aber ja nicht Apex, wir spielen... Ja, aber stellen Sie mit euch hin. Da vorne läuft einer. Ja. Wo, wo, wo? Ziemlich schnell der Zombie vorbei geht auf meiner Straße geradeaus. Zombie? Von links nach rechts rüber getrennt. Äh, von rechts nach links. Geradeaus, die Straße eben. Von rechts nach links. Das stimmt, ja. Das ist ein Zombie, ne? Ja, jetzt geht er wieder nach rechts rüber, oder? Ist das der? Da kann er in so einem Gerand. In dem Grund rennt er nicht. Das heißt, er hat dann aufgehört. Das heißt, da ist jemand in den Ort reingelaufen, Markus. Mhm. Und ich gucke halt jetzt hier in die Straße rein. Ich gehe mal über die... Ich gehe hier rein, hinter der Mauer. Ich passe dich durch. Uck! Geil, hinter der Mauer. Das ist geil. Ja, aber du siehst ja nicht so viel. Ich will hier einsehen können. Wo einer kommt, weißt du? Hm. Seid ihr da drüben? Seht ihr mich? Naja. Okay, ja. Äh, falsch, oder? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Haben sie mich als erster. Habt ihr freie Bahn. Wir sind dann hinter. Hat immer das Gefühl, dass hier irgendjemand ist, ne? Was? Ja, komisch, weil so wenig Leuten. Zum Glück haben wir den 33er selber nicht genommen. Ist schwer. Oh, ich habe Licht gesehen. Und zwar von dem ersten Hochhaus. Vornehm? Das erste Hochhaus. Da drin habe ich Licht gesehen. In der Wand drinne. Also das heißt, er ist entweder drinne und es hat rausgeschehen. Ja. Oder es hat von außen angeleuchtet. Du bist ein Stück zurückgegangen, Tanja. Was seid ihr? Ne, ich meine, Tanja ist ein bisschen zurückgegangen. Weil sie steht ja auf der Straße. Siehst du, du bist nur noch vor mir. Ich bin weiter, das Stück war da hinter dir noch. Passt, ich bin genau. Na ja, wir haben Stahlhelme auf. Mir kann ja gar nichts passieren. Jetzt kommen euch die Leute von rechts nach links. Ja, hier. Ja, genau. Na und halt auf meinem Stahl. So, bing, bing. Ich weiß gar nicht, wie die Leute hier überhaupt craften können. Mit Häuser und alles mögliche. Ja, kommt man überhaupt dazu, ne? Ja, gut, mein... Oh. Ich denke, die dann meistens zu großen Teams sind. Eventuell. Ja, das denke ich auch, die, wo Kraft... Okay. Ja, das ist dann unterwegs sein und dann Materialien wurde. Dann sollen sie wieder treffen und dann wird gefaustet. Die anderen passen auf. Da kommt einer, Markus. Der Baum ist umgeknickt. Wo? Von der Straße, ne? Der Busch, der Schatz, guck mal schon hier. Da, der ist umgefallen. Das Ding hat sich bewegt hier. Da sitzt ein anderer. Das Ding hier. Den musst du auch sehen hier. In dem roten Haus da drüben. Ich hoffe, der gibt mir jetzt keinen Headshot. Scheiße, Digga. Seht ihr den Busch? Ja, ich seh alles. Da hast du eine Laterne. Da hast du eine Laterne nebendran, genau. An dem Busch. An dem roten... Ja, aber das... Ja, ja, aber das... Das kann doch hier auch noch ein Fehler sein, ne? Meinst du? Wir hatten das auch schon mal gehabt, dass der Busch sich bewegt, einfach so. Der ist richtig runtergegangen. Ja, ja, und das hab ich auch schon gehabt, Sammy. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin festgebrochen, ich hab Angst. Warum soll sich das Ding bewegen? Oh, ich kann nicht mehr... Oh, Paul ist da hinten. Die Straße durch, Markus. Seht ihr auf der Straße? Ja, ja. Okay, da ist also nix dann. Man, da ist ja so viel wenig, man hat er gefrutzt. Oh, das ist nix, okay. Puff, ah! Ich kann die ganze Zeit so sitzen bleiben hier, ey. Ich auch, ich auch. Es wäre das perfekte Spiel für mich. Man muss sich nicht unbedingt bewegen im Leben. Nee. Wir können ja mal einen Ort so nehmen, so und alles, was vorbeikommt, abgeknallen. Die unscheinbarsten Gegenden, weißt du? Wo keiner damit rechnet, dass hier irgendwo einer rumhockt, weißt? Ruhig. Alter, wer war das? Was? Das hat sich irgendwas bewegt, Digga. Du hast gehört. Also ich finde, heute ist gerade die Konzentration richtig scheiße. Ja, aber echt, du? Ich komme zu dir rüber. Ja? Wahrscheinlich an einem Schuss. Ja, hinter. Ich komme noch. Hinter euch können ganz viele sein. Nein. Ich gucke mal, ich gucke mal den Zaun sich. Das ist die Zaun. Das ist die Zaun. Ich gucke mal, ich gucke mal den Zaun sich. Ich gucke mal den Zaun sich. Du siehst du auch neben uns. Nee, nee. Nee, nee. Du siehst jetzt, du stehst so, so offen dauernd, das wird sie nicht. Nein. Ich tue nur so. Jetzt sitzt er doch. Ja, Paul kommt, Paul kommt, Paul kommt, oh, oh, oh. Ja, naja, oh, er sieht sich ja nicht. Nee. Ja, wir sollten jetzt weg hier. Ja, lass uns doch mal links vorbeigehen. Links? Links? Ja, und dann irgendwo dazwischen mal rein. Ja, mittendrinne. Statt nur dabei. Ja, rein den Zaun, genau. Das hier, oder? Ja. Oh, das nächste nehmen. Ah, das ist die nächste. Ah, fliegen. Ah, fliegen. Und, siehst du was, siehst du was? Feuer, aber das ist das, was immer brennt. Das ist ewige Feuer. Ah, Mann, ey, heute ist echt übel. Tanja, das große Haus hier. Also, sie können zwei bewachen, einer muss sie machen. Das ist, oh, ja, leuchtet an. Ja, ich hab echt, auch echt Probleme grad hier ein bisschen mit dem Kontroll und sowas hier. Wittin? Mit Kontroll gucken und alles mögliche. Ich kann mich gar nicht irgendwie so richtig konzentrieren. Muss ich Alkohol trinken? Oh. Ich bin auf der Veranda. Auf der Veranda? Auf der Veranda. Ich bin neben dir an der Veranda. Ich guck nach links rüber. Ich guck nach rechts rüber. In der Mitte guck nach rechts rüber. Alle Reine, der so. Alle so, wenn Tanja Tür wieder rauskommt, gelohntet so. Wisst was? Guck genau, Schatz, ne? Grad unten der Raum ist immer so ein bisschen, da liegt immer ein bisschen Klinzkram rum. Wenn sie keine Sachen nehmen kann. Eigentlich so, die ich loten mit der Taschenlampe, ne? Und der Schrotfallende, ne? Schwesterfallende. Ich hab' mir nie gesagt. Der Schrotfallende. Alter, ist das heute richtiges Bier? Ich find's grad so scheiße ruhig hier, ey. Das kotzt mich grad so ein. Ja, ich hab' auch genug Action für den Anfang, find ich. Also, ich glaub, das hat man auch noch nie rein und so getötet. Ich denke, es reicht. Höre ich ein Auto? Naja. Ein Sturm, ne? Ja. Was du jetzt alles bauen kannst, ne? Craften kannst, ne? Ganze Wänden, so seh' ich grade für ihn. Also, das ist mir früher nie aufgefallen. Ich war ja noch nie in den Tar drin. Ja, eben, wollt ich mir auch sagen. Ja, gut, vielleicht sind ja auch nur Leute drin im Server. Dann ist es natürlich auch ruhig. Ja, lesen. Ah, ich hab' schon die neue Karte dabei, Marius. Okay. Hat er was gegessen? Ich nicht. Was, ich das? Ja, ja. Ich hätt' Hunger. Also, das, das ist das längste Spiel, was du bist jetzt viel gespielt haben, weißt du was? Ja, du hast nur 93 Stunden schon. Boah. Marius liegt. Wo? Wo? Warte, äh, vor, vor uns. Also, die Straße ist geradeaus, meinst du? Ja, die kleine Seitenstraße hier. Ja. Wer rennt da? Natanja? Guck, du weiter nach links, nicht, dass die andere Seite laufen. Von links kommen. Ja. Ja, was ist das? Was? Wir haben geantwortet. Alter, Marius, die Geschichte hat geantwortet. Das Spiel hab ich für mich schon gesagt. Ah, ich hab' das Video-Online-Legend-Güßig ist. Wir gehen kurz raus, Marius. Hier, Haus. Ja, ja, oder? Ja, wir können doch hinter das Haus laufen, Marius. Ja. Komm raus. Komm raus, raus, Licht an und raus, komm. Licht an und raus? Ja, wenn sie weiß, wo es laut gelangt ist. Ach, sie sitzt doch schon hier. Nee, das bist du, ne? Nee, sie ist hier. Sie ist oben. Nee, sie ist draußen, hier, sie ist doch. Ja, dann, dann hier rüber. Also, raus, ja, vom Balkon. Ja, ja, hast du auch was gesagt? Ja, okay. Ja, ich bin noch im Mülltonier. Hier. Ich bin hier drüber, ne Mülltonier. Ja, ich bin hier drüber, ne Mülltonier. Okay, also, einfach weg vom Haus an, an der Ecke. Exit? Und schnell, äh, schnell einlösen. Ach so, okay. Bis gleich, Freunde. Bin ich so klein? Kann ich nicht über den Zaun gucken? Der Zaun, der Zaun ist so groß, oder was? Naja. Quatsch doch nicht. Ich bin im Haus, ne, nicht mit dem Haus, ne? Nee. Wo seid ihr? Da. Von Eingang. Also, du kannst doch craften mit verschiedenen Waffen und, 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 Dings, ne? Aber ehrlich gesagt, könnte ich es mir gar nicht aussuchen. So, ich gehe jetzt hier rein loten. Wo seid ihr? Wo? Wo denn? Nichts, ist rechts, rechts weg bin ich rechts. So, ich gehe jetzt rein. Ihr haltet mal kurz Wache. Und ich habe nämlich eine Waffe mit, und, und das Ding. Ob wir es angehen. Nein. So. Weil ich kann nämlich auch ballern auf das Zeug, was ich sehe. Tanja, könnte nur noch mal gucken. Wie mein Arsch. Noch jemand noch Handschuhe? Nee, haben wir alles da. Bandage, jetzt geht das wieder los. Bandage kannst du liegen lassen, wenn er nimm Dings mit Essen und sowas. Stiefel? Alles dabei. Dann hör mal genau dazu. So haben grüne Bohnen. Rotes Klappsband. Brauche ich mal ein Messer? Nö, oder? Nö. Okay. Ich habe mir nur gefragt. Okay, fertig. Ich werde jetzt nicht ausmachen. Also, warum, sehr wichtig. Nicht drücken. Wie drücke ich jetzt wieder aus? Waffe wegstecken. Waffe anders wegziehen. Okay. Und jetzt müsste ich eigentlich wieder neu machen. Jetzt machte ich sie wieder dann an. Wenn ich jetzt wieder so mache, machte ich sie wieder so. Weil ich muss jetzt mal eine andere Waffe jetzt nehmen. Wenn ich draußen bin. Hättenbretten Feuer, du. Aber Rode, das ist tausend Grad heiße. Rode ist vor allem. Da drüben gibt es diese großen drei Blocks, nö, Marius. Da ist immer so viel drin. Ja, ich gehe hier links in den Horns Haus Marania. Links, links, links. Was? Links in den Hohen hier. Ah, nee, holen. Okay, alles. Kann ich mir mitkommen? Sonst nicht wieder vorwärts. Ja, Entschuldigung, also landen wollen. Ja, Entschuldigung, also landen wollen. Alter, ich soll nicht kratschen. Was? Seid ihr drinnen? Ich bin drinnen, ja. Kann ich auch, ne? Soll ich alleine reingehen, oder wie läuft das jetzt? Ich bin schon drinnen, ja. Naja, man weiß ja, soll ich alleine drinnen bleiben, oder soll ich mitkommen? Okay, guck noch schnell. Soll ich alleine wachen, es geht ja gleich hoch hier, ne? Ja, hoch bin ich nicht, bin unten, ne? Ja, unten ist nur Essen, so. Ja, ich hab's hier auch mal die Zone drin, deswegen. Okay. Aber hier ist alles leer, alter. Ja, bei mir war alles voll, grad eben. Geht's nicht rein? Achso, hier, hier hoch, ich bin oben. Okay, gehen wir hoch, Tanja. Wacht ein bisschen die Treppe, oder so. Ja. Sobald ich was Zolles finde, sag ich's euch. Achso, hier, hier geht's rein, ja. Warte, was? Stell uns, stell uns beide dann hier hin, hier. Du dürftest recht haben, Horst. Dann guck auf dem. Hier war schon jemand am Werkeln. Mhm. Also auf jeden Fall jede Menge Soda-Dosen, hab ich. Okay. Und wenn du Ducktape findest, sag Bescheid, ne? Gibt's, wird's wieder wenig, wollte ich sagen. Sie hat eins, Markus. Geh noch einen Stock höher, Markus. Okay, dann zeige das doch mal ganz schnell, Sammy. Wie? Die hat doch keine lange Waffe, sie hat ne kurze Pistole. Da steht aber drauf, alter, auf alle Waffen. Ja. Hm. Bei mir hat's nicht funktioniert, der hat nur die eine Shotgun ausgesucht. Du musst V-Pin aussuchen, V-Pin anwählen. Und dann auf der zweiten Seite die, die andere Seite. Ganz runterziehen. Ne, zweites, glaub ich, oder? Da steht doch irgendwas mit Flashlight. Irgendwas, steht doch dann. Und? Ne, 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 das ist das falsche, weg, raus da, raus da. Äh, weiter runden, ne, ne, W-Pin? Jetzt ganz runter, mach da oben, die zweite. Bei, bei Dings hier, bei, ähm, Attachment. Attachment muss es sein. W-Pin und Attachment. Da hat's es. Also, jetzt probier's mal. Geht nicht, was fehlt? Ja, es, es muss eine Small Megaline sein. Small Flashlight ist... Das hat sie doch nicht. Äh, hat jemand nen Rucksack? Von euch? Haben wir einen. Okay. Die, die Small Flashlight braucht's dafür. Genau, die, wo man alles mehr gegeben hat. Hat jemand gegessen? Ne. Ja, okay, das hab ich gegessen. Das hab ich gehört. Sag mal, das Yellow Chen bleibt auch nicht, klar. Ne, bloß nicht. Das macht der, der unsere Semmy schon immer. Anmager und überall. Weg damit. Okay, fertig, ist raus ist leer. Was ist leer? Ja, aus der Pickachs. Was, warum? Aus der Pickachs. Pickachs, ja, eine Achs vorst du immer. Ich hab ne Pickachs und ich hab ne Headshot. Ja, was drinnen ist doch voll, du hast doch leer. Reicht doch. Äh, wegstecken. Nicht ihn, wegstecken alles. Ich doch nicht. Ich hab meine Freunde getötet. Ein Kostner. Das ist halt eh meine Ach. Tep, Markus, Tep. Ducato, Cape. Auch hast du eine Rede hier? Ja. Ducato, Tep. Ducato. Ducato. Ducato, Tep. Und schon sind alle nachlässig hier. Alle, alle. Wissen Sie wo das ist? Ich glaube, wenn du reinkommst, hm? Hier? Ah, ja. Doch, Tena. Was? Ja, 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 ja. Okay. Ist gut, Markus. War der ganz was? Ja. Aber man kann sagen, was du willst, im Mensch steckt einfach der Krieger, der Böse. Selbst in den Spielen kann man sich nicht einfach aneinander vorbeilaufen, ne? Geh, ich komm. Ich bin in den Waschstellung. Geile Waschstellung, Alter. Handschuhe hat jeder, ne? Handschuhe, ja, ja. Doch, jeder hat Char. Nee. Das hat Markus nicht, nein. Aber ich habe einen. Also, Markus, nehm. Das ist ein Schale, habe ich doch an. Das ist ein Schale. Hier ist eine HK45. Ja, ich weiß. Was ist das? Doch, HK45. Aber Patronen fehlen, Markus. Patronen habe ich nicht. Ich habe die Waffe da. Eine richtige Pistole ist das, eine HK, ne? Ja, ja, ja. Ehrlich? Ja. Braucht die keiner, oder? Nee, nee. Ich weiß, wo ich ganz gerne hingehen würde. Nee, sag. Da vorne auf dem Fleck, wo die Bundeswehr ist. Da nehmen wir die ganzen Waffen und so was, Munitionen und alles. Okay, lass uns das große Haus mitnehmen und dann gehen wir rüber, ne? Das hier ist letztlich. Jetzt mal in den Haus. Achso, du willst dann nur unten mal zu gucken, ja? Du hast doch gerade gesagt. Ja, okay, dann rein hier unten. Das Haus nehmen wir nochmal. Achso, wir sind noch gar nicht oben gewesen von dem Haus hier. Ich gehe hoch, Markus, hier. Wo wir eben gerade drin waren. Ja. Da geht ja da keiner rein. Ja, in dem Haus, wo wir gerade beim Wächesalon, nebendran, ist immer ein Hochhaus. Alter, ich habe eine Get-MK-3-22-Around. Okay. Ich nehme sie mal mit. Aber Patronen fehlen schon wieder. Also hier sammelt einer Patronen mächtig viel ein. 223-Around? Nein. Die heißt MK-3-22. Also 222-Around braucht die. Okay. Aber die Patronen fehlen ständig. Ich sage 232-Around ist noch nicht. Ja. Ich habe sowieso noch 222. Es ist gewehrt 222 bei mir. Und der Kühlschrank sieht auch leer also. Also hier war jemand vor kurzem. Rucksack, aber total pink. Mit Blümchen drauf, du. Ganz guten Sachen bleiben hier. Also hier war schon einer, der sich mega ausgerissen hat. Ich gehe auch einen Stock höher. Also hier war ich. Ja, ich weiß. Du machst dir in die Hosen. Ich weiß. Ja. Was? Was tues durchfällt? Da vorne läuft Paul auf der Straße. so jetzt musst du hochkommen du brauchst du noch was Großes für ins Lot, ne? Ja, dann gehen wir schon hoch, Tanja. Dann komm hoch. Besser ist es, Markus. Du kommst jetzt hoch und guckst dir das Gesicht. Kommst du mit? Kommst du mit zu uns hier? Genau. Stellst dich wieder hier oben hin, ne? Dann kannst du ganz, ganz hoch. Ja, letztes Stopp. Guck dir das mal an, du. Oh, schon Ende hier. Hinten und vorn? Hier, was hat das geschickt? Alter, im Ernst? Schatz, guck mal. Ah, das hat schon weggenommen. Warte, ich kann es dir zeigen. Ach, das ist auch da, okay. Warte. Alter, Alter, das wurde gecraftet. Das Ding ist gecraftet worden. Das gibt's so nicht zu kaufen. Das gibt's so nicht zu kaufen. Alter Schwede.